Tobis Penis begrüßt uns heute zu einer neuen Runde Guten Tag Last Year The Nightmare, so hieß er, ne? Hallo, guten Tag Hallo, ich hab den Witzel Ich bin Fipsi, der Pipi Ich mach ein Fleischhudi, alter Nein, Barbara, nein Tobi, hat dein Friedrich mehrere Persönlichkeiten, alter? Ich hab keine Ahnung Fipsi, der Pipi, alter Die Huse bummelt, ey So, Mitte mal ist wieder Taxi, ne? Taxi, taxi Und wir machen ihn jetzt fertig, wir machen den Wuzer fertig Den Wuzer machen wir fertig jetzt Nein, den Wuzer ist wieder Killer Den Wuzer machen wir fertig Oh yeah, Freunde, jetzt ist es soweit It's a straight shot Mit dem Strichmännchen einfach über die Trinke Okay, okay Oh nein, ich kann meine Maus hier nicht bewegen Ich bin der Blender Oh nein, 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 nein Ja, ich hab's auch nicht Oh, mit rechten Mausklick geht's Ich warte Recht Mausklick, dann kannst du die Maus bewegen Wir brauchen einen Healer, Leute Oh nein Ja, ich hab mich dazu gewählt Ich hab gewartet, dass ihr sagt, was ihr nehmt Curry, warte Ja, das war bei mir komplett random Okay, das ist das natürlich scheiße Kann ich das noch wechseln? Nee Curry, mach zusätzlich zu nirrt Nein, lass mich komplett in Ruhe Wir sind in derselben AG, okay? Okay, lass uns mal konzentrieren jetzt hier Ich hab das Gefühl, wir werden immer unkonzentrierter Wir werden immer unkonzentrierter Wir werden zusammenbleiben, Leute Wir werden zusammenbleiben, Leute Komm, auf geht's Das klappt jetzt schon mal nicht Wir holen uns die Disc und ab geht's Oh, geil, ja, wie funktioniert Das heißt, wenn ich mich die ganze Zeit umsehe Danke, Tobi Ich hab voll Schaden gefühlt Wenn ich mich die ganze Zeit umsehe, kann er zum Beispiel auch jetzt gerade nicht hinter uns spawnen, oder? Äh, genau Wenn eine Wanderer zwischen ist oder so, dann schon halt, ne? Aber hier einfach irgendwo in der Treppennische geht immer Okay, ich hab, ich hab, äh, die Disc Hey, ich bin Schett Ich hab die Disc und esse die jetzt auf Okay, oh, die schnaufen immer Okay, kann ich, kann ich Okay, ich kann mir eine Gasgranate machen Okay Okay Okay, der ist auf jeden Fall in der Nähe Der checkt uns gerade aus Okay, let's go, Leute, komm, auf geht's Denkt doch, hier ist, ne? Pass auf, wenn du hier runtergehst, die ist oder links oben, ne? So eine Glaskuppel Ja, dafür muss er den Killer aber haben Dafür muss er den Killer haben Ich weiß, wir wissen halt noch nicht, wer das ist Kannst du nicht sehen, ob er da oben drin ist, Erik, in diesem Fenster? Nee Oh, hier fallen ich da unten Wir müssen auch da stehen Weil ich weiß auch, die gehen einfach weiter Ich muss mal fallen, hier sind schon mal fallen Lass dich einfach liegen, ist egal Ja, scheiß drauf, wir gehen einfach weiter Okay, Leute, komm, wir schaffen das Schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das Oh, ich brauche noch dieses scheiß Crab, das man Molly machen kann Hm? Oh, das Crab, damit man Molly machen kann Ja, das ist mir so schwierig Oh, Leute Ist er da drin? Ja Er ist da drin Ja, die Wand durchgeschlagen, Vorsicht Finde ich jetzt aber irgendwie suboptimal Ich habe ja jetzt wieder aufgelöst Keine Ahnung, du siehst die Spuren, Erik, du kannst das sagen Ich bin momentan gar nichts Oh, hier oben sind fallen Oh, Leute Er ist der Axtmeister Oh, Leute Oh, mein Gott Drauf, 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 drauf Jawohl, geht drauf auf den Eis Könnt ihn Prügeln Prügeln, Leute Nein Das gibt's auch nicht Nein, kaputt Kaputt, hauen, kaputt Wie hält der denn aus, Alter? Ich muss weg, ich muss weg Wie viel frisst denn der, sag mal? Ja, das ist der Axttyp Wir haben mal wieder kein Heal Und er legt jetzt einfach 30 Fallen Du musst jetzt Heal nehmen, Alter Sag mal, Tobi, warum? Das war mein Turret Damit vorhin, das war mein Turret Du hast den Turret zerlegt, glaube ich Der kann sich nicht hielen Ja, ja, das war von mir Ich dachte, das wäre die scheiß Falle gewesen, die da stand Nee Sorry Vorsicht, Vorsicht Oh, hinter uns Da ist er, da ist er, da ist er Oh, fuck Ein Wohr, ne, ich bin down Na, ohne Healer ist echt scheiße Ja, ja Aber wir können halt nicht hauen, Alter Das ist so dumm Ist blöd, ne? Als Nerd kannst du sonst nichts machen Ja, das ist echt scheiße Oh, moin Obwohl ich Muskeln hab, ey Ah, du bist WUW-Levelin 99 Das ist doch wichtig Okay, danke Hihi Nice, Erik Haben wir jetzt schon einen Medic? Vorsicht, Taxi Ah, nee, das ist nicht mehr Er kommt runter, Leute, Vorsicht Hier, ich hab hier Wo ist er? Ah, cool, danke dir Oh, loi Curry, Curry, was war das denn? Ich bin runtergefallen Nein, stopp! Der hat schon auf dich draufgesprungen, Alter, was? Ah, ich dachte, die geht nur bis eine Etage tiefer Dann wäre das viel besser gewesen Okay, hast du Healing jetzt? Ja, ne? Ich hab Heal, ja Uff, okay, perfekt Okay, dann nehm ich, äh Oh Gott Da legt er da Fallen Ich nehm den Techniken Oh, Mist Oh, nein, Pan! Ah 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 Alter, da hat er mich auch noch Da hat er mich auch erwischt, halb blind Was machst du? Nein Nein Okay, okay, wir waren aber auch, wir waren schon wieder Ja, aber, wie viel, ich nehm Medic, ich nehm Medic Nein, wir haben doch einen Pan Willst du jetzt verarschen, was ist das denn passiert? Was? Okay, das war's Tschüss Einschlag, Alter, Einschlag Wer gibt mir einen Schlag, ich bin tot? Hat er überhaupt noch Spaß am Spielen? Nach zwei Minuten alle tot? War's das? Ich mein, ah ne, Taxi ist noch da Nee, Taxi lebt noch Oh, nein Oh, nein Oh, nein, wird da jetzt sowas von Geschichte sein, Alter Kann doch nicht sein, das ist immer so Ich habe halt keine Rescue Oh, warte mal doch Scheiße Meine Nase juckt Ah Gott, ich brauche 25 für den Flammenwerfer Können halt nicht hauen, Alter, wir sind ja richtig am Arsch Lass dich halten, lass dich halten Konzentriert euch Oh, Gott Ähm Okay, wir müssen Pahn da jetzt rausholen, Pahn kann hauen Oder? Ja, ja, ich kann hauen Der lässt, ich glaube, der lässt euch gerade Leute rausholen, ne? Aber ich glaube, der will nicht, dass ich da rauskomme Warte mal, diese, diese Klappe Ja, ist ja so klar Natürlich Komm schon, Pahn, komm, 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 komm Vorsicht, er kommt durch Der kommt durch Oh, Gott Pahn, du musst uns helfen, irgendwie, keine Ahnung Der hat auch nicht mehr viel Der ist fast tot Ja, der ist halt echt fast tot Was? Der hat fast gar nichts mehr Mit einem Schlag? Alter, ey Der hat fast gar nichts mehr gehabt Das hat er bei mir auch gerade gemacht Wie kann das denn sein? Der hat fast gar nichts mehr gemacht? Ja Ist das nicht ein bisschen, ein bisschen sehr over? Naja Ja, du hast halt auch kein Leben gehabt, Pahn Achso Du hast dann erst wieder respawned Ich bin halt tot Ah, achso Okay Ach, Mann, das ist ja auch scheiße, Mann Wir dürfen unseren Hut nicht verlieren, Mann Echt? Oh, so weh Ja, aber wir sterben ja die ganze Zeit alleine Ne, ne, geht da nicht runter Wir können gegen den einfach nichts machen, Alter Der ist so krass für uns Wir sind auch voll den Spaß raus, ey Stell dir vor, ein Killer könnte jetzt jemanden von uns imitieren Und so tun, dass wir da auch in den Raum schreien Komm, Tobi, du kannst ihn killen, du kannst ihn killen, Tobi, komm Ja, Tobi, Tobi Der ist ja ein Wichser Wenn Tobi sauer wird, der ruht einmal raus an die alle Holt uns irgendwie raus, schnell Mit seinem Penis hat ihn gerade getötet Der hat ihn gerade getötet mit seinem Penis Mit deiner Fleischpeitsche Der Tobi hat alle kaputt gemacht Geil Sehr geil Tobi, ey, bester Penis, Ego West 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 Sag mal Nein Oh, das war jetzt aber Ui Tja, Erik, ne Oh ja, ich kann nicht mehr rennen, komp, hopp, 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 hopp Oh, ja geil, geil, geil Oh, ich glaub ich bin hass Ja, du willst das, du willst das Nice Ja, super. Geil. Oh, ne, ich glaube, ich kann die Tür wieder zumachen, bitte. Was? Erik ist wichtig. Erik ist super wichtig. Warte, Tobi, warte, warte. Ja, geht so, geht so. Ich bin keine gute Hilfe. Doch, schon. Bleib zusammen. Wirklich wichtig. Bleib zusammen. Wir müssen noch jemanden holen, gleich. Hinter euch! Hinter euch! Er ist da! Er ist da! Er ist da! Er ist da! Nein! Ja, super! Boah, was? Oh mein Gott, wir müssen hier runter irgendwo. Komm, komm hier runter, hier rechts, hier rechts. Vorsicht, Erik! Oh Gott. Nein, nein, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Okay, ich lebe auch noch. Ich lebe auch noch. Oh Gott, oh Gott. Hast du, kannst du blenden? Kannst du noch wieder blenden? Nee, nee, noch nicht. Hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Vorsicht, Vorsicht. Komm, 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 komm. Ich hab nen Schock, ha? Oh, ja. Nein, der holt euch, der holt euch. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Ja, hol sich, nice. Come here, Zack! Pan kann auch hauen. Komm auch runter. Hallo. Ihr müsst da durch, ihr müsst da durch, Erik. Ja, warte, 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 warte. Ich mach mal kurz, ich mach mal kurz gerne Granate. Ey, du bist ganz allein, ne? Wo sind die anderen? Ich seh die gerade gar nicht mehr. Wir sind durch die Lüftung Schacht. Du musst durch die Lüftung Schacht. Du musst durch die Lüftung Schacht. Nein, 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 nicht den. Ich mach einen Monotov Cocktail! Unten. Hier auch. Hier auch. Unten auf dem Boden. Ja, aber ich seh doch die Umrisse normalerweise. Ich seh die gerade. Ach da! Genau unter mir. Ja, geh durch den Lüftung Schacht, ein bisschen schneller. Oh. Wohin? Wohin? Nein, der war draußen an der Wand, an der Außenwand, rechts. Ich geh mal hier lang. Okay, ja, das geht auch, das geht auch. Oh ja, super! Oh Gott! Oh Gott! I have been wounded! I have been wounded! Oh Gott! Dankeschön, dankeschön. Alter! Okay. Okay. Ihr schafft das, Leute! Ihr schafft das! Holen wir Curry noch wieder. Ach so. Okay. Äh. Müssen wir unten landen? Nee. Nee, unten. Ey, das ist so spannend, wenn man zuschaut, ne? Das ist so krass. Hier, pass auf euch auf. Ja, ich bin wieder in der, in der, genau hier bin ich. Wenn ihr mal rennt habt ihr keine Ausdauer mehr. Hinter euch, hinter euch! Monotov, Monotov, Monotov! Sehr gut, sehr gut! Nicht durch Fenster! Nein, Tobi! Nein, Tobi! Nein! Oh, fuck! Nicht alleine da rein rennen! Weg, Mann! Geh weg, geh weg! Nein, Tobi, nein! Au! Was macht der denn da? Ihr dürft nicht sterben, geht weg! Alleine könnt ihr nichts, ihr müsst zusammen angreifen! Vorsicht, hier war ne Falle! Nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin gestorben! Was? Oospan, bist du auch gestorben? Nein, ich bin hier hinten! Das Ding ist, wenn ich da runter schwimme, bin ich tot! Ich kann da nicht runterkommen! Oh lol! Kann ich dir helfen? Ja! Oh Gott, er ist wieder da! Oh! Nein, Alter! Wir müssen runter, Leute! Runter? Wenn ich da runter schwimme, bin ich tot! Scheiße, Alter! Ich mach noch ein Bericht! Ich hab noch ein Bericht! Ich hab noch den Erik! Nein, er hat, ah fuck, er hat zugemacht! Shit! Shit! Ich bin mir arschlich, aber warte mal, können wir ihn nicht durch den Lüften schacht, dann geht's doch wieder nach unten, oder? Erich wieder fallen? Erich wieder fallen? Es war mir wieder! Geht's doch nach unten, Tobi? Erich war mir wieder! Geht's doch nach unten, Tobi? Ähm, ja, doch! Okay, nice! Da unten ist er! Und da oben ist auch ein! Alter! Was war das denn? Durch die Wand! Der ist durch die Wand gekommen! Alter! Was ist das denn? Karivate! Karivate, wo bist du? Oh Gott! Alter, was war das denn? Okay, der hat ne Mine! Ich hab ne Mine dahin geballert! Der hat nicht mehr viel! Der hat nicht mehr viel! Der hat noch Molly! Ich hab noch Molly! Ich kann nicht runter! Was war das denn zum Teufel? Oh, da ist die Diskette! Da ist die Diskette! Ich hab die mitgebracht! Ja! Oh Gott! Ach komm! Ich hab ihn doch getroffen! Verdammter Fick! Mann, das regt mich aus! Ich kann ihn nicht mehr angreifen! Mann, ey! Alles gut, Leute! Alles gut! Alles gut! Fick dich, User! Alter, ganz ehrlich! Fackst du mich ab, Alter! Das Blödsinn! Ich bin drauf! Ich wollte andere nicht mehr in uns filmen! Ja, der macht dann viel Schaden! Oh Gott! Ach, der hat uns aber vorhin auch mit dem Axtypen gewonnen hätte! Das stimmt doch auch was! Ja, ja, klar! Der gewinnt mit allem! Ja, der spielt halt gut! Nur weil ihr doch selbst seid! Na, Hase, ist gut! Ich hab die Diskette reingeballert! Ich hab die Diskette reingeballert! Ich hab die Diskette reingeballert! Oh Gott, wo rennt denn der hier lang? Was weiß man denn die type ist? Ohú Nein! Eine Sekunde da vorne! Hallo! Oho! Oh Piri, ich bin vor- Ist vorbei! Du kannst das noch schaffen! Hierin glaube, Ri komm! Ach das magst du! Hol irgendjemanden raus. Ja, bestimmt. Ich würd den Erik rausholen, weil der halt dieses Blitzding-Star machen kann. Ja, ich mach keine Ahnung. Ja, der ist halt so weit weg. Ach so, okay. Bitte nicht mich. Das ist halt überhaupt nicht, wo der hinkommen ist. Also, ist einfach zu krass heute unser erstes Mal. Und er ist halt ein Imba-Killer. Der hat schon ein paar Mal gespielt. Ja, davor war's echt cool. Der ist halt so mega im Tryhard-Modus, das ist echt übertrieben. Ich mach Totschengewinner-Same. Ich mach einfach Totschengewinner-Same. Aber lass bitte einer von uns am Ende wieder Killer sein. Warum spawnt hier echt keiner, Mann? Alles klar. Warum spawnt denn hier eigentlich keiner? Ich hab mein Leben aufgegeben, Alter. Ich hab mein Leben aufgegeben, Alter. Ich hab mein Leben aufgegeben, Alter. Ist scheißegal. Moin, gönn dir. Ist echt toll. Oh Gott, nein! Die Kamerainstellung gerade. Oh, Alter, ey. Ey, warst ne Wichser. Warst ein Wichser, ey. Alter. Alter. Liefer! Liefer! Cheater, ey. Liefer! Warte! Mann, ey. Ja, lass mal bitte ne neue Lobby machen, sonst, ey. Das ist echt... Why fragt der Autor, willst du mich verarschen? Hahahaha. 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 Wollt grad noch schreiben hier, just teenagers wanting to live. Hahahaha. Mann, aber bei sowas bin ich immer so, ich will's so lange machen, bis ich es schaff. Ja. Hast du mein Ding? Ja, gut, aber das ist natürlich jetzt... Kannste... Ja, natürlich wieder Killer. Ich würde das noch ne Runde gegen den spielen, ist mir scheißegal. Ich würde das noch ne Runde gegen den spielen, ist mir scheißegal. Champion! Champion! Eihihi. Ey, wir können doch nicht wieder gegen den spielen, Leute. Ey, das macht mich aggressiv. Okay, komm, wir probierens. Ja, ey, komm, dann los geht's. Das schaffen wir. Ich will das Gewinner vernehmen. Okay, geil. Komm, diesmal, diesmal schon immer. Currys Maus funktioniert auch. Ich geh. Ich geh. Ready. Ja, ich mach Medik, komm, ich mach Medik direkt. Ich kann halt am Anfang einfach nicht auswählen, das ist halt voll behindert. Du musst in der Auswahl, in diesem Auswahlmenü, ne? Wenn die Maus nicht geht, rechte Maustaste einmal drücken, dann geht's. Ah, okay. Nice. I will kill you. In game. Ja, natürlich. Der Typ ist so im Schwitzen, ey. Ey, ich bin auch grad am Schwitzen. Der Güm. Ich weiß genau, wenn er Killer ist, steht er wieder oben. Was, wo steht denn das? Was? Ne, wenn er Killer ist, steht er wieder oben. Ach so. Ach, Leute, komm. Wir machen's jetzt. Wir machen's jetzt. Aber hier ist ein Plan. Du musst ihn random beleidigen, weil er zu gut ist. Fucking Camper-Sau. Oh nein, Jim. Was für Jim? Hey, was war das denn? Oh nein, Jim. Nein, wir müssen jetzt wieder auf dieses Ding da oben drauf machen. So, ich nehm jetzt, ich nehm jetzt Medik. Okay, ähm. Max, hä? Ihr habt schon Medik genommen. Okay, dann nehm ich, äh, Technik. Ne, ich muss nen Scout nehmen. Nehmt jemand nen Scout? Ja, komm. Ja. Jetzt hab ich auch einen Medik, Alter. Was ist denn da los? Ich kenn leider keinen. Ich bin jetzt Technician, okay. Adrenalin. Hey, der Erik ist Killer. Hä? Ne, Quatsch. Hä? Ich bin Blender. Ich bin Blender. Was willst du von mir? Nein, du bist Killer. Neben dir. Hallo? Äh, du stehst doch auch nicht neben mir. Hä? Ich bin voll neben mir. Äh, in dir. Ja, neben mir, ja. Alter, das geht schon. Und Husa ist wieder weg. Tschüss, der geht einfach. Natürlich. Okay. Okay. Wir gewinnen jetzt. Okay, dann kann ich jetzt wieder super failen. Wir gewinnen jetzt. Aber wenigstens hat man eine Chance. Auf geht's, wir gewinnen jetzt. Arschloh, Erik. Okay, haben wir hier Leute, die hauen können? Genau, Tobi kann hauen. Nice. Tobi, verprüfe den Erik mal richtig fertig. Der hat schon auch seinen Helm, ey. Oh, das ist der richtige Raum. Das ist glaube ich nicht der richtige Raum. What? Baby, we can't do it. Voll die Punze. Yes, yes, yes. Ah, der macht hier seine Fallen hin. Wo kommst du denn da rauf, ey? Nö. Geh bitte, Erik. Scheißen auf dich, Erik. Aber du bist immer noch sympathischer als Wusa. Wusa, Wusa. So, auf geht's. Ey, was soll'n die Kacke? Direkt ins Bett draußen. Ich mach' ja grad mit Wusa das Battle des meisten Scraps holen. Ich klau' den grad alles weg. Jawohl. Oh, das. Hat er wieder gepuppt, ne? Hat er gepuppt, ich hab's genau gesehen. Oh, was? Was? Oh nein, Tobi, er war im Schacht. Was? Erik, du dreckst da. Oh nein. Oh nein, er war im Schacht. Geil. Das ist ja nice. Ich hab' den Schacht gar nicht gesehen, Alter. Ja, Tobi. Mann, ey, pass doch mal auf, ey. Mann, krrrrrr. Du hilfst uns gar nicht im Tee-Bay, du Arschloch. Ach, als Maul. Okay, ich führ' mal einen, ne? Hä? Der ist hier oben irgendwo. Ich glaub' er ist oben wieder. Der ist hier oben, der ist oben. Ich hab' fast, ich hab' fast. Okay, ich hab's. Hast du? Okay. Oh, und runter. Ich kann das nicht aufmachen. Okay, es. Okay, Tobi, wo bist du? Oh, ui. Er ist hinter dir. Oh nein. Einen Moment. Ich kann nix machen. Jawohl. Hä? Naja, ne, hat nicht viel gemacht. Mann, kaputt. Mann, kaputt. Oh, hat nicht viel gemacht, nein. Lass ihn sterben! Geht weg da, geht weg da! Leute! Ah, wow. Oh, du hast Pahn getötet? Oh! Ja, was soll ich machen, wenn... Was, du hast Pahn getötet? Boah, was bist du denn für ein Schimmelkopf? Ach, halt dein Maul, du Schimmelkopf, Alter. Boah, das ist widerlich. Oh mein Gott, nu. Der so ne Freund hat auch keine Feinde mehr. Der wäre so ne Pipe-Bomb geschmissen. Die kann eben auch Teammates killen. So. Ey, viel Kopf her machen hast du hier. Wie der sich aufregt, der ist halt echt voll am schwitzen, ne? Der ist richtig im Feierabend-Mode-Pull. Ego, ne, Jek! Stimmt aber echt. Stimmt aber echt. Er denkt nur, Punkte, Punkte, Punkte! Ey, komm, wir... Komm, wir arbeiten jetzt mit Erik zusammen und machen das der Erik immer den Tür wieder. Ja. Ja, ist echt so. Wir kennen nur Wooser die ganze Zeit. Ey, Tojas geht ab. Na, kill man nur Wooser, komm. Kill man nur Wooser? Boah, nein. So assig sind wir nicht. Ey, pass auf! Oh, Entschuldigung. Ey, was denn? Na gut. Pass auf, Gerr. Gut. Hilfe, Hilfe, hol mich hier raus. Wow, rumheul, seufz. Oh, danke. Ludl, fahren wir gefangen, Ludl. OMG, Noob. Mega Ludl. Weißt du, in so einem Game, Alter, wie kann man sich denn... Der ist schon Arsch auf jeden Fall. Es ist so dumm. Oh, der ist ja tot. Komm, wir holen den mal nicht wieder. Ne, holen wir jetzt auch nicht. Ach, der ist tot? Ja. Hä, der ist tot und hat uns... Ach des... Ach, deswegen! Deswegen war der sauer, oder was? Weil, ey, jetzt einmal der Sturm ist. Der hat uns von alle gekillt, der Wichser. Der Erik ist hier. Ich höre nicht, wenn der schlecht ist. Hm? Kann ich noch nix für, wenn der schlecht ist. You stay dead, höhe. Ach, so, weil du ihn wahrscheinlich gekillt hast, komm und deshalb. Der stirbt halt auch einfach, ne? Krass, dass der so stirbt, ey. Richtig schlecht von ihm. Macht der sonst niemand? Lul, Omega Lul. Oh, Vorsicht. Ich werfe da irgendwann. Äh, ja, Leute. Ja, mein kaputt. Geh das nicht unbedingt, ne? Geh das nicht unbedingt, ne? Geh das doch auch jetzt. Och ne. Ne, ne, ne. Ich komm' die Scheisse, treme nicht raus. Die scheiße. ich habe eine milde gabe er macht halt echt viel schaden das halt schon nicht mehr feierlich langsam ich kann nicht gehen während ich muss gar nicht drücken alter der kinder wird mitgeschliffen von dem kran irgendwie unten an der treppe was sagt er denn ich kann ich kann nicht gehen ich kann gerade nicht hier in alle aber doch jetzt oh gott da ist er um in der ecke links vorsicht gefahren auf ihn zu eric wieder hinter der matte verschwinden das gibt's doch nicht halte ich halte ich halte ich komm wir gehen einfach weg kommt man denn hier nach oben verdammt mehr heilen kann ich dich nicht geht das eigentlich näher das ist ja ja wer will ich bin sorry wooser aber für solche beleidigungen da machen wir dann nicht mehr mit ne da haben wir hier die dachträglich ja der klassen die klassensprecher haben entschieden wir sind alle klassensprecher nicht schaffen das schaffen wir eben zusammen eben ja mit dem kärz ja 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 was von die scheiße wo ist er denn wo ist er denn über uns oder so keine ahnung toby toby warte mal kurz mal hier toby also der ist hier ne ja egal für scheiße 4 hp habe ich übrigens also vielleicht soll es nicht mal selbst heilen achso das geht wie geht das einfach drücken achso lol alles klar auf gehts ab nach oben hoi 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 ich mach den timer ne nein nein neiiiin toby alter komm hoch schnell komm 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 alter nein mein molly liegt jetzt da unten scheiße go 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 neiin er hat mich leute Hilfe oh oh Gott schlade schlade pann wo bist du hin du bist du hin pann wo läufst du hin nein oh komm mal schnell wo komm auf die wech oh klappt auf wieder nicht oh oh ja ja ich komm ich hab jetzt den molly da mitnehmen können aber scheiß drauf ja ich kann nicht rennen er kann hier nicht spawnen er kann hier nicht spawnen er kann hier nicht spawnen hier kann er spawnen ok nice 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 ja die kette ist geil fahrt kommt kommt ich habe gar nichts mehr gar nichts mehr gecheckt ganz im ernst ich auch überhaupt nicht ein bisschen tut mir leid aber der macht halt echt immer egotrips ne für die beleidigung vorhin no man you noob oh man ey ja ey leute wir haben es erreicht dass er tot ist geil wir haben es erreicht wir haben es erreicht wir haben es erreicht juhu jetzt können wir nicht sterben eigentlich ja ja achja das war der mördscher der mördscher der mördscher der mördscher oh gott ey ja oh schön er will einfach direkt wie der killer sein ja natürlich sondern oder unter ne support no more freunde ja wollt ihr noch mehr davon sehen wann kommt denn wieder äh hier dead year nein ähm last year oh wann kommt denn wieder dead by lady was gab es denn auch bei euch zu essen schreibt es mir mal in die kommentare hallo was ist dein lieb ich esse gerade pommes was so dein lieblingspommes was ist dein lieblingspommes schwimmerpommes oh ja schwimmerpommes sind egal ja es gibt ja verschiedene pommes ne so steakhousepommes und und rillenpommes die beste pommes ist die wie heißt die nochmal die es jetzt bei meckes gibt hier die äh mit dem weißt du die kringeldinger nee nee nicht die kringeldinger die gibt es jetzt zusammen mit dem big rösti die big rösti pommes alter alter so geil wie reibekuchen ähm kein product placement wir kriegen kein geld alles in ordnung wir hatten das nicht alles support no more ich will von meckes auch gar kein geld ich will einfach nur kostenloses essen haben ja dann wäre ich dabei du das wäre armer geile scheiße damit Tobi noch fetter wird so tschüss tue 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 tue